Hallo Leute, ich bin mal wieder unterwegs, um schöne Fotos zu machen. Diesmal bin ich am Theresienstein, und zwar am Labyrinthurm. Den seht man jetzt hier im Hintergrund. Den Labyrinthurm wollte ich jetzt mal in Szene setzen. Das einzige Problem ist, der wird also abends nicht angestrahlt. Das werde ich selber mit einer Taschenlampe übernehmen. Und seid mal gespannt auf das Bild und bleibt dran. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.